Herzlich Willkommen bei Fit mit Angie. Ich bin Angie Kaus und ich möchte Sie heute wieder bewegen. Unser heutiges Thema ist wieder Bodywork und inzwischen haben wir schon einen dritten Teil. Also, intensives Training für den ganzen Körper. Komm gleich mit, du brauchst gar nichts, nur dich und deinen Körper. Also, Musik ab und dann geht's los. So, wir nehmen gleich die Füße. Abrollen. Arme mitnehmen. Arme locker. Fersen abrollen. Noch vier, drei, zwei, eins und gehen. So, pass auf, jetzt gehst du auf die Fußspitze. Tippeln, 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 tippeln. Kleine Tippelschritte. Bist du dabei? Ich sag ja, tippeln. Puls muss hoch. Halt durch. Wenn du sagst, geht gar nicht, geh einfach. Wieder abrollen. Wieder abrollen. Eine Ferse oben, eine unten. Letzte Runde, tippeln. Tippeln. Und gehen. Wuhu. Oh. Beine gespürt? Ich auch. So, wir gehen mit den Füßen raus. Guck mal zu Angie. Tipp. Tipp. Ja oder ja. Arme. Drück weg. Drück weg. Drück weg. 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 Noch vier. Drei. Zwei. Wir ändern nur die Arme. Guck mal. Hoch. 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 Noch vier. Drei. Zwei. In die Mitte zurück. Mitte. 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 Jupp. Atmen. Wäre gut. Luft raus. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Die Arme gehen weg. Jetzt musst du wieder auf meine Beine gucken. Ich mache jetzt meine Beine zweimal. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Rück. Run. Rück. Run. Probier. Rück. Run. Rück. Run. Hast du? Ja oder ja? Ich sag mal ja. Oder? Können wir die Arme? Aber hallo. Los geht's. Arme genauso wie die Beine. Rück. Run. Rück. Run. Rück. Run. Rück. Run. Rück. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Vier für Angie. Was? Wirklich? Komm, halt noch zweimal. Letzte. Eins. Eins. Wir gehen zurück nach Hause. Was? Nochmal, nochmal. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Guck mal. Elbung. 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 Runter. Runter. Elbung. Spann den Arm an. Noch acht. Acht. Sieben. Sechs. Luft raus. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wir gehen. Wuh. Und gehen. Und gehen. Luft holen. So. Jetzt kommen die Arme. Arme. Fäuste. Einmal lange Arme. Überkreuz. Und jetzt bringst du die Schulterblätter zurück. Ja? Überkreuz. So, nochmal. Tempo. Eins. Intensiv. Arme. Deine Flügel dürfen nicht runter. Jupp. Jupp. Halt durch. Rechter Arm oben. Linke Arm oben. Probier. Vier. Drei. Zwei. Eins. Fallen lassen. Oh. Ist dir warm? Mir auch. So. Achtung. Ich komme zurück. So. Beine. Federn. Bounce. Beine öffnen. Ran. Wechsel. Und innen. Nochmal. Einer mehr. So, wir gehen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Hast du die Beine? Arme. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Arme rollen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Du stellst einfach nur ein Bein ran. Nochmal. Nochmal. Rollen. Und ran. Raus. Du siehst es. Keine Kniebeuge. Das Bein ist einfach nur rausgestellt. Nochmal. So, wir gehen tiefer. Und hoch. Wenn du rausgehst, bist du unten. Hier bist du wieder oben. Unten. Oben. Unten. Oben. Noch vier. Vier. Drei Mal noch. Zwei Mal mehr. Letzte. Und locker lassen. Ich find schön. So, wir gehen rücken. Muskeln. Wir werden fliegen. Die Superman. Bleib mal. Guck mal zu mir. Ein Bein nach hinten. Arme hoch. Also Superman fliegt. Also Superman fliegt. Und jetzt gehst du hoch. Wenn du kannst, setz nicht ab. Wenn du musst, tu es. Los geht's. Und hoch. 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 Nochmal. Hoch. 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 Ja oder ja. Und wenn du sagst, oh, das ist mir ja zu wackelig. Halt dich irgendwo fest. Mach nur einen Arm. Wuhu. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Pause. Wuhu. Wir wechseln. Anders Bein. Fliegen. Bist du da? Ich sag ja. Los geht's. Und hoch. 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 Flieg mit mir. Lift up. Hoch. Hoch. Arm und Beine. Lift. 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 Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Locker. Wuhu. So. Superman fliegt. Erste Bein. Erste Bein. Arme lang. So. Pass auf. Die Daumen zeigen nach außen. Jetzt machen wir dreimal fliegen. Und jetzt gucken wir, was passiert. Eins. Zwei. Drei. Ranziehen. Wollen wir es probieren? Los geht's. Eins. Zwei. Drei. Ranziehen. Eins. Zwei. Drei. Ranziehen. Eins. Zwei. Drei. Ranziehen. Noch vier. Eins. Zwei. Drei. Ranziehen. Eins. Zwei. Drei. Ranziehen. letzte. Pause. Wechsel. So, bereit? Ich sage ja. Vier, drei, fertig. Los geht's. Eins, zwei, drei, zieh ran. Eins, zwei, drei, zieh ran. Eins, zwei, drei, zieh ran. Eins, zwei, drei, noch vier Mal. Eins, zwei, drei, wackel, wackel. Eins, zwei, drei, letzte. Locker lassen. Wow. Ich glaube, es war schön, oder? Es war schön wackelig. Lass uns schön das Finale machen. Yes. Wir setzen uns hin. Oh, schön, oder? So, wir bleiben mal. Jetzt kommen die Arme. Hoch. 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 Benutzt die Schultern. Hoch. So, Achtung, Elben kommt. Zieh. Ziehen. 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 Lange Arme, kurze Arme. Nochmal. Vier haben wir noch. Vier, drei, zwei, eins. Locker lassen, hochkommen. Ich fand schön. Ich fand schön. Doppelte Schulterbreite. Füße. Bisschen bewegen. Kreuz die Arme. Wie sieht's aus? Gut? Bei mir auch. Wir gehen runter. Was? Okay. Bauch reinziehen. Komm hoch. In die Mitte. Also ich kann ja diese Übungsstunden lang, ne? Macht schöne Arme übrigens, ne? Und schöne Schultern. So, habe ich schon gesagt, wir gehen noch mal runter? Ja. I like, I like. Ich liebe es. Achtung, nach oben. So, letzte Runde. Komm mal, die schaffen wir noch. Müssen wir durch. Noch vier. Drei. Zwei. Einfach nur absenken. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Und locker, locker. Beine schließen. Ganz easy gehen. Locker gehen. Wir machen Abschluss. Stehen bleiben. Eine Ferse nach vorne. Hinsetzen. Arme. Ziehen. Hochkommen. Wechsel. Po weg. Arme. Und wieder zurück. Hochkommen. So, Katzenbuckel. Rücken rund. Und entspannen. Nochmal. Katze. Letztes Mal. So, Bauch reinziehen. Aufrollen. Schultern tief. Oh. Soll ich sagen? Du hast wieder was geschafft? Ja. Bodywork. Intensives Ganzkörpertraining. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wäre schön. Also, ich komme auf alle Fälle wieder. Also, ich komme auf alle Fälle wieder. Esschne. Aber das ist ganz schön. Wo? Bis zum nächsten Mal.